Willkommen zu Setzpunkt. Mein Name ist Boris Rhein, ich bin der Präsident des Hessischen Landtages und im Parlaments-Podcast spreche ich mit interessanten Gästen über Themen rund um Hessen und die Herzkammer der Demokratie. Und jede zweite Folge übernehmen wir, die FSJler. Was bedeutet Demokratie? Wie funktioniert eigentlich das Parlament? Und was macht unser Bundesland so einzigartig? Und was tragen junge Menschen zur Demokratie in Hessen bei? Über das und mehr sprechen wir in Setzpunkt, dem Podcast des Hessischen Landtages.